Ich bin Jerome, ich bin 34 Jahre alt, bin Obermarkt auf der Fekate Brandenburg, bin hier als Elektroniker eingesetzt und hauptsächlich zuständig für unsere Navigationsanlagen. Bin zum Karrierecenter gegangen, erstmal komplett ohne Plan, wusste nicht genau, was ich überhaupt machen möchte. Mir wurde da geraten, erstmal einen freiwilligen Wehrdienst zu machen. Diesen freiwilligen Wehrdienst habe ich dann auf der Fekate Sachsen gemacht, zwei Jahre lang. Hab mir dann alles angeschaut, hab mich dann dafür entschieden, Elektroniker zu werden, hab die Ausbildung über die Bundeswehr gemacht und bin seit 2017 hier auf der Fekate Brandenburg. Also ich bin dafür da, um die Wartung an unseren Navigationsanlagen zu verführen. Ich bin dafür da, um unsere planmäßige Materialerhaltung zu machen. Falls Anlagen Ausfälle sind, gehe ich auf Fehlersuche, versuche die Fehler schnellstmöglich zu beheben, damit wir nautisch wieder sicher zu sie fahren können. Wir haben jeden Tag unterschiedliche PMEs auf dem Plan stehen, müssen an die Anlagen gehen, diese warten, schnell reagieren, um die Anlagen wieder für unsere Führung zur Verfügung zu stellen. Als Elektroniker ist für mich immer die schönste Tatsache wieder, wenn wir eine Anlage wieder zur Verfügung gestellt haben, wenn die Fehlersuche erfolgreich war, wir diese instand setzen konnten und wir weiter zur See fahren können. Wenn ich nicht da wäre und wir auf See wären und unsere nautischen Anlagen würden ausfallen, dann würden wir nicht mehr sicher zur See fahren können. Wir wüssten nicht, wo wir sind und wären im großen, weiten Meer verloren. Das Schöne an dem Job sind die Menschen, mit denen wir hier zusammen leben können, mit denen wir zusammen fahren können. Es ist eine geschworene Gemeinschaft. Wir sehen viel von der Welt, wir kommen gut rum. Lust auf eine Karriere bei der Marine? Alle Infos findet ihr unter karrierekaserne.de